Was geht ab, meine Z-Fighter? Oder hier? Und wir wissen, LR Trunks ist da. Außen vorweg, was heißt das für uns? Heute Abend im Stream gehen wir mit 500 Dragonstones rein und werden für LR Trunks Summon. Wir werden mal gucken, ob wir meinen Sohn bekommen. Ob wir meinen Sohn Trunks bekommen und ihn ziehen können. Deswegen macht euch da gespannt. Heute Abend im Stream schaltet ab 19 Uhr auf YouTube auf jeden Fall ein. Aber, was heißt das, dass Trunks da ist? Zum einen werden wir klären, ob es sich überhaupt lohnt bei ihm zu summon. Was sein Banner Inhalt ist. Und wir schauen uns die Karte selbst an. Und dann werde ich euch auch noch kurz zeigen, wie ihr denn, wenn ihr LR Trunks hoffentlich gezogen habt, ihn erwecken könnt. Also fangen wir mal sofort mit seinem Banner an. Es ist ein Legendary Summon Banner, heißt LR Trunks ist gefeatured. Dies hier darum heißt, seine Rates sind höher als sonst. Also so ein LR Banner müsst ihr quasi so sehen. Sorry. Wenn ein LR gefeatured ist, dann ist es halt die Chance, die lange Zeit nicht mehr oder vielleicht gar nicht mehr kommen wird. Speziell diesen LR zu ziehen, weil er dann erhöhte Job Rate hat. Normalerweise am LR sind sie niemals gefeatured. In Bannern haben eine Job Rate von 0,03, 0,04, 0,02%. LR Trunks hingegen hat da jetzt gefeatured. Das ist eine Job Rate von ungefähr 0,3, 0,35%. Das Problem bei solchen LR Bannern ist jedoch der Inhalt. Wir haben 14 weitere SSR, die gefeatured sind. Heißt, normalerweise sind es 6 oder 7 SSR, die gefeatured sind. Und dann ist halt eben die Rate der einzelnen LR deutlich höher als jetzt 0,3%. 0,3% sind wenig Leute. Das ist fast gar nichts. Immer trotzdem fast nichts. Und das Schwierige ist halt, aus diesen 14 LR Trunks zu ziehen. Das ist halt quasi die Sache mit den LR Bannern. Der LR ist zwar gefeatured, aber mit tausend anderen SSR, die gefeatured sind. Das ist halt das Schwere, dann eben gezielt diesen LR zu ziehen. Zumal auch 5 weitere SSR gefeatured sind. Was heißt das? Also ich rate eigentlich immer von LR Bannern ab für Free-to-Play-Spieler. Free-to-Play-Spieler, da zusammen lohnt sich eigentlich nicht. Denn, wir haben es hier schon festgestellt, die Rates sind eigentlich gering. Und ihr braucht halt wirklich immens viel Glück, ihn zu ziehen. Und bei LR Bannern ist es so, man will halt nur den LR. Alles andere braucht man quasi mehr oder weniger nicht. Und das ist halt hier auch der Fall. Also hier wirklich nur den LR, wobei ein, zwei Karten sicherlich sehr gut sind. So ist das nicht für gewisse Teams. Aber für Free-to-Play-Spieler ist halt erstmal quasi so das erste Ziel Leader zusammen. Also Dokkan exklusive Charaktere. Deswegen würde ich Free-to-Play-Spieler auf jeden Fall hier abraten. Ihr könnt mal, also mein Gott, ihr könnt einen Versuch machen, ist euch überlassen. Aber Free-to-Play-Spieler rate ich eigentlich davon in der Regel ab. Weil die Rates einfach katastrophal sind. Also sie sind echt gering, auch wenn Trunks gefeatured ist. Alle anderen Spieler, alle anderen Spieler, die Trunks haben wollen, das ist halt eure Chance hier zusammen, sag ich mal. Genau. Und nicht vergessen, alle anderen LR sind auch im Game, aber im Game sag ich, im Banner. Aber die Rate von denen ist halt deutlich geringer, 0,03, 0,02%. Wenn wir uns da den Banner von Vegeta betrachten, von Vegeta und Beerus, da ist einer garantiert. Und einer von den Charaktieren ist halt wirklich sehr gut, Beerus oder Vegeta. Und das wäre dann quasi für Free-to-Play-Spieler ein besserer Banner. Da sind auch zwei alle LR nicht gefeatured, außer Trunks. Sorry. Aber ihr bekommt halt pro Mutisam Granted ein SSR ein gefeatured. Und da sind wirklich vier von fünf nicht schlecht von den SSR. Ein Beispiel für die Free-to-Play-Spieler. Ja, soviel zu dem Banner. Dann schauen wir uns mal an, was Trunks überhaupt kann. Trunks ist der letzte LR, der uns fehlt. In der ersten Rotation heißt vom physischen Seiten-Leader-Skill ist physisch-Type-Ski plus 3 HP etwa 90%. Er macht Colossal-Damage mit der ersten Ulti. Er erhöht seine Verteidigung um 30% für drei Runden. Mit der zweiten Ulti macht er mega Colossal-Damage. Seine Passive ist sehr interessant, denn es ist der einzige Charakter bis dato jetzt in Global, der Crit in seine Passive involviert hat. Nämlich er bekommt so immer 120% auf seinen Angriff. Und er hat eine hohe Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Hohe Chance heißt 50%, dass er mit jedem Angriff krittet durch seine Passive. Also das macht ihn halt quasi einsgradig und schmackhaft, wenn ich ehrlich bin. Links geht es. Dry Lineage, Cold Judgment, Super Saiyan, Chucking Speed, Prepared for Bad, Legendary Power, Shattering the Limit. Hat leider kein Fieres Battle. Er ist in der Kategorie Hybrid Saiyan und dieser Kategorie ist da wirklich eins. Da schlägt er ein wie eine Bombe. Ja, ihn zu ziehen wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Glück dabei. Aber wenn ihr Trunks zieht, wie und was könnt ihr denn mit Trunks anstellen? Trunks droppt in der Baseform. Heißt, er heißt Trunks Teen. Dies wiederum heißt, jeder andere Trunks Teen ist eine fahmbare Essay für ihn. Vor allem ist die beste fahmbare Essay für ihn der Superstrike Trunks, der Strength Trunks. Denn ihn kann man ja erwecken, auf UR bringen, dann gibt er 100% auf die Essay vom SSR Trunks, so wie er droppt von Trunks Teen. Heißt, ihr müsst euch nur 9 farmen, alle erwecken mit den Superstrike Medaillen und dann hättet ihr 100% farmbare Essay für Trunks. Wie erweckt man Trunks? Ihr braucht für das erste Awakening von SR, bzw. UR auf Transcendent Ultraware, die 7 Trunks Medaillen aus dem Hero Extermination Plan Evil Power Strikes Back. Dies und die Superstrikes Events sind ab heute online bis zum 10. Februar, 7 Uhr morgens unserer Zeit. Sie sind, also alle Superstrike Events sind online und die Extermination Plan normalerweise sind im Abwechseln, aber ab heute sind sie täglich online aus Stage 22F aus dem Hero Extermination Plan Evil Power Strikes Back Event. Droppen die Trunks Medaillen, ihr braucht 7 Stück, die Drop Rate ist leider nicht garantiert, um ihn fürs erste Awakening zu awakenen. Dann fürs Zeit-Awakening braucht ihr eben die Superstrike Medaillen. Ihr braucht 10 von King Cold, 10 von Mecha Freezer, 10 von Chilt, 10 von Trunks und 10 von Trunks Zeno und wie gesagt, sind diese Stages auch ab heute täglich online und die Superstrike Events, da wurden die Stamina halbiert, dauerhaft, so wie bei den Doker Events. Das heißt, ihr geht bitte, um die Medaillen zu fahren, bei den genannten Charakteren auf dessen Superstrike Event auf die allerletzte Stage, da droppen die Medaillen, ihr könnt mit jedem Team rein, ist wirklich machbar und die Droppe ist leider auch nicht garantiert, aber da farmt ihr euch dann von den genannten Charakteren die 10 Medaillen, da sie täglich open sind. Könnt ihr es auch jetzt machen, auch wenn ihr Trunks nicht zieht, schon mal für die Zukunft, mit euch Wappnen zum Beispiel und so erweckt ihr dann LR Trunks quasi, wenn ihr ihn hoffentlich gezogen habt. Anyways Leute, so viel dazu, zu der Information zu LR Trunks, vergesst nicht heute Abend einzuschalten ab 19 Uhr im Livestream, da gewinnt 500 Jankzons rein in den Trunks, da bin ich schon echt gespannt, was da abgeht. Bis dahin, habt eine gute Zeit, wir sehen uns im nächsten Video. Peace.